Hallihallo ihr Lieben da draußen und ein herzliches Willkommen heute hier bei LS22 Ellerbach XXL Farm mit mir natürlich wieder im Spiel der liebe Basti im Channel die liebe Nicole und auch der Guru. Moin Moin Moin. Spielen aber nicht mit. Moin Moin. Hallo. Moin. So, Basti ist heute ein bisschen wodkaig. Ist der noch da? Natürlich. So, okay. Wir sind natürlich wieder auf der XXL Animal Farm für alle die die nicht wissen was das eigentlich so richtig ist. Wir wollen, ich sag mal solange es den 22er noch gibt, versuchen. Mal gucken ob wir es hinkriegen. Versuchen so viel wie möglich oder eigentlich alle Tiere die es im LS gibt. Warst du runter? Ja, mich hat es hundertschmissen. Okay. Alle Tiere die es im LS gibt, wollen wir auf einer Farm haben und wollen natürlich diese auch dann auf Gesundheit richtig hoch und bla 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 bla. Unser erstes Teilziel sind 500.000 Euro auf dem Konto. So, zur Zeit haben wir 79.000 drauf. Deswegen, das wird ziemlich interessant, ob wir das Ding überhaupt schaffen. Mal gucken. Wir werden jetzt erstmal munter, fröhlich, flockig, äh, Steine sammeln. Wenn ich hier rauskomme irgendwie. Ja, und ich fahre zu mähen. Genau, Format zum Mähen. Wir brauchen nicht unbedingt rauskomme. Ja, genau. Da kannst du aber den, den kleinen wendigen Alpintraktor nehmen. Nö. Der geht wunderbar. Ich habe schon den, äh, schon dir genommen. Also für Dings geht er eigentlich am allergeilsten, muss ich nicht sagen. Für, ähm, für Stein, äh, für Stein sammeln. Für, hier, weißt du schon, was ich weiß. Ja, genau. Wir müssen Steine sammeln. So. Mähen. So, wir sammeln Steine. Wo fahren wir die denn hin eigentlich? Keine Ahnung. Ach, Leute, da seht ihr mal, wie die sich mit dem Projekt auskennen. Auf der Karte hier. Ich bin eigentlich bloß, äh, Dienstagabends auf der Karte. Ja, ich, ich auch mittlerweile. War früher öfters drauf, aber ich, na, jetzt wird's schwierig, weiterzuzocken. So. Genau, es werden jetzt auch bloß zwei Folgen rauskommen diesmal, diese Woche, äh, weil wir zeittechnisch ein bisschen eingespannt sind. Also im echten Leben. Und, ähm, guckt euch das an, ist das nicht geil hier. Also für alle die, die im Stream sind, ist das nicht cool gemacht hier, diese Map. Mit den, mit den Alpen dort hinten und so. Geil. Ach, schön. Hm. Was denn? Ist jetzt mal durch gewesen. Also du hast vier neue Charaktere. Oh, der Robo ist. Ähm. Der Eve, Rapunzel, das Tor. Und, äh, Tjafar. Dann, ähm. Eine Insel mit drei neuen Biomen. Eine Insel mit zwei Bergen. Ne, mit drei Biomen. Eine Insel mit drei Biomen und dem H2O-Atom. Dann gibt's, äh, Scremplecoin, ein neues Brettspiel, das die Dorfbewohner mit mir spielen wollen. Also für alle zum Verständnis, es geht um Streamland. Aber, wenn wegen vorhin, ich weiß zwar nicht was und wie viel du davon genommen hast. Wo denn? Aber ich bin auch. Ich weiß zwar nicht was und wie viel du davon genommen hast. Ja, von was denn? Aber ich bin auch. Ja, aber was war denn? Äh? Von, äh, weil du gerade wieder Zungen hast. Ach so, ach so. Ja, weil du so hast vorhin. Ich bin gerade. Okay. Und, äh, ja, da hast du natürlich in dem DLC viel drin. Ja, und dann krieg ich noch ein neues Herrschaftsspiel. Ich habe ein praktisches Werkzeug, mit dem ich, äh, Relikte finden kann. Dann kann ich ohralte Maschinen bauen, um Gartenarbeit und Kochen zu automatisieren. Alles klar. Ja, und ich kann auch das neue, äh, neue Werkzeug mit in das normale Dorf nehmen, um die, um noch weitere Schätze zu finden. Okay. Also macht sich's schon, hätte es schon Sinn, sozusagen. Hä? Hm. Für alle, die Bock auf das Spiel haben, auf jeden Fall. Ach, ich kauf nur bis jetzt. Es ist ja seit Dezember. Das ist ja auch. Aber in den Urlaub, ne? Vergiss es nicht. Äh, das habe ich schon alles zur Seite gelegt für meinen Urlaub. Und, äh, die, der Urlaub ist ja schon bezahlt. Ach so. Ja, das ist ja, äh, direkt online bezahlt. Hm. Können wir mal sehen, ne? Da können wir mal sehen. Nur die Unternehmungen, die... Die Erzieher, die haben Kohle ohne Ende. Das habe ich mir weggelegt. Die Erzieher, die haben Kohle ohne Ende. Oh, ich will mir aus. Oh, ich will mal sehen, wie ich mir weggelegt habe. Kennt ihr das nicht, eine Insel mit zwei Bergen? Schon, ne, Basti? Und den tiefen, weiten Meer. Mit viel Tunnels und Gleise. Und dem Eisenbahnverkehr. Ja, wie mag die Insel heißen? Ja, da, 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 da. Ringsherum ist schöner Strand. Jeder sollte mal verreisen in das schöne Lummerland. So geht's. Hä? Da haben wir es doch jetzt. Hättest du jetzt nicht gewusst, oder was? Nee, ich war jetzt raus. Wer hätte das von euch jetzt gewusst? Ich, natürlich. Na siehst du. Ich jetzt auch gewusst. Was, die, echt, ja? Ja. Uh. Ich kann es sogar anschauen. Uh, das ist ja natürlich noch besser. Hat jemand die, äh, die, äh, Neuverfilmung gesehen von Chip Knopf? Oh, gar mal geil. Ich kann sie gerne gucken. Das ist richtig cool. Die hab ich, glaub ich, auch gesehen, ja. Ich find die auch gut. Ja, ich glaub, ich empfand die auch als gut. Kennt ihr, kennt ihr Chip und Chap? Ja. Da gibt es ja auf Disney Plus, ich weiß nicht, wer das von euch hat, Disney Plus, äh, gibt es ja die Echtverfilmung von Chip und Chap, wo sie alle gesagt haben, oh, der Rotz, Müll und Scheiß und Mist und so, äh, kann ich nicht bestätigen, sehr guter Film. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Chip und Chap, diese Echtverfilmung, ich glaub letztes Jahr oder vor zwei Jahren oder wann das rauskommt. Ne, so alt ist das noch gar nicht. Äh, zieht euch die mal rein, die ist wirklich gut. Da gehen die richtig auf alte, da sind sogar Ausschnitte aus den alten Trickfilmserien dabei. Ja. Find ich geil gemacht. Ah, das könnt ihr euch auf alle Fälle reinziehen. Ich warte, ob der Beetlejuice da ist. Oh, Beetlejuice, ja. Ist auch eine Hausnummer. Ich hab mir letztens mal wieder, er ist wieder da, mal wieder anguckt. Ja, da finde ich, muss ich sagen, ist das Hörbuch schöner. Ich find den Film nicht so gut. Also, es geht, es geht. Aber ich hab da hier hinter mir, äh, das Hörbuch stehen. Geil. Musst du, also du musst auch wirklich das Hörbuch anhören. Du, selber lesen ist, Rotz, das macht irgendwie bei dem Buch, gerade speziell bei dem Buch, irgendwie keinen richtigen Sinn. Ach, kriegt das auch extra in die Stimme hin. Aber das Buch ist trotzdem da. Das liest ja der, der Christoph Maria Herbst und macht richtig Hitler. Also, er macht den richtig, ja. Er liest das so, wie Hitler früher geredet hat. Durchweg. Gibt's das Hörbuch noch? Ja. Ja, klar, gibt's das Hörbuch. Warum soll's das nicht geben? Oder muss ich mal bei dir vorbeischauen? Nö, warum soll's das Hörbuch nicht geben? Das kannst du überall, 100 Pro noch. Kannst du auch 100% bei Spotify oder irgendwo anhören? Warte, ich schau schnell. Äh, so, warte mal, jetzt müssen wir mal schnell gucken. Wo kann ich denn jetzt Steine loswerden? Äh, da, 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 da. Was, die Narkin? Ja, meh, wo sind denn die Storn? Die Storneln. Hey, Stuf? Mhm. So, Steine, Verkaufsstelle für Steine. Entschuldigung, hab ich vor schon im Halt. Ach, hier, Steine. Äh, Verkaufsstelle für Steine. Und wo ist das? Markierung setzen. Ach, dort oben. Ja, das ist dann weit weg. Oh, ne. Wie fahren wir die da? Fahren wir hier raus, hier rum? In der Richtung, wo damals in der alten Vision die BGA standen. Eins, zwei. Nee. BGA stand da. Stand da BGA? In der 19er Version stand da die BGA. In der Ecke. Okay. Äh, oben. Okay, ich fahre raus. Eins, zwei, warte, zweiter, okay. Gut. Ja, alles klar. Welt, 180 stand da. Ah, okay. Das Wäsig nicht mehr, ja. Das Wäsig nicht mehr, aber. Das Wäsig nicht mehr, aber. Das Wäsig. Ich hab mich mit der BGA, äh, ich hab mich bei der BGA richtig aufgekriegt, weil ich die entfernen musste. Ich, äh, ich, äh, ich liebe die Ellerbach deswegen sehr, muss ich wirklich zugeben, weil die so einen wunderschönen Background hat, also, äh, dieses Mapende finde ich so klasse. Aber das auch mit dem, äh, Skript auch noch, was wir noch mit draufgenommen haben. Ach so, hier ist, ist, ähm, reale Beleuchtung. Ja. Ja, ich find die, ich find die unfassbar schön. Wirklich richtig, richtig schön. Bin ich jetzt so richtig? Nee, bin ich natürlich nicht. Ach, leck mich doch. Nein. Mann, ey. Geht, danke, Spaß. Ja, klar, fahren wir noch rein, du Idiot. Was ist denn mit dir? Was ist? Seid auch wieder lieb zueinander. Nee, doch nicht, Basti. Ich bin mit dem Gap und Sauer runtergeflogen. Schon wieder? Ja. Was ist mit dir los? Keine Ahnung, was mit mir los ist. Also, also, das läuft aber bei mir hier alles bestens. Ja, weil ich denn du hier hostisch. Ich hab auch null Ruckler, null gar nichts, hab ich. Null gar nichts, hab ich auch okay. Was? Null gar nichts, hab ich auch okay. Hm. Heute ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin, ne? Mhm. Die Schuhe wieder falsch gefahren. Okay. So, gut. Ach, hier unten ist eine schöne Ecke, muss ich mal sagen. Ach, ja, stimmt. Du hast recht. Hier unten war irgendwie BGA oder irgend sowas. Ja, ja. Hier war auf alle Fälle irgendwas gebaut. Na ja, ich könnte auch auf der Map sagen, wo du deinen alten Hof hattest. Ja, das weiß ich ja. Und wo deine Whisky-Produktion standen war. Ja, das weiß ich ja, weil die, die, die Felder sind ja alle noch genauso geblieben wie früher. Ja, und wo mal ein geheimes Haus im Wald stand. Außer, was nicht so geblieben ist, mein Hof halt. Das dort drüben sieht's ganz anders aus jetzt. Ja. Na gut, der Hof stand ja auch komplett anders aus. Und der Händler sieht anders aus. Ja, der Händler ist ja an einer ganz anderen Stelle. Ja. Na gut, äh, bei deinem Hof, der war grundsätzlich komplett, ähm, na gut, es kommt drauf an, über welche Version wir reden. Ähm, nämlich bei, nämlich bei einer Version war ja der komplette Hof da hinten weg. Mhm. So, wie haben wir gekriegt? Oh, wow. Das sind plus 2 Euro Umweltbewertung. Könntest du mal sehen. Könnt ihr 5 Kühe mehr kaufen. Was? Könnt ihr 5 Kühe mehr kaufen. Ja. Ich glaube nicht, dass das reicht. Das war ja mal so. So, nee, also ich muss wirklich sagen, diese Ellerbach 22er Version finde ich sehr, sehr gelungen wieder. Ich frage mich eigentlich... Am Anfang nicht so gefallen, weil sie komplett, äh, abgeändert war. Ja, komplett abgeändert ist sie nicht. Also, die Höhe, ich meine die Höhe, die komplett abgeändert. Ja, gut, ja. Was, was wollte ich sagen, ähm, warte mal. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, Mann. Dann war es wohl nicht wichtig. Ah, auch mein Sammelstück gefunden. Ja. So. Was wollen wir dir da drauf machen auf das Feld? Ähm, wissen wir das schon? Auf der Löschenstelle des Zocktums. Was soll kommen, Hürse? Ja. Auf dem Feld, was ich gerade gemacht habe? Auf dem Arbeitsplan steht Zocktum, Hürse, drauf. Dann machen wir Sorkon, Hürse, drauf. Wenn auf dem Arbeitsplan das draufsteht, dann machen wir das auch. Alright? Ja. Gut, da kümmere ich mich gleich mal drum. Wir haben aber, glaube ich, keine... Keine Walze, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So, ich guck mal schnell, was brauchen wir denn? Was war es? 110. Also. Äh. Gekruppert haben wir. Müssen wir das düngen. Das ist im gelben Bereich. Aber wir müssen es kalken, auf alle Fälle. Jetzt haben wir wieder keinen Kalkstreuer, oder? Äh. Nee. Ach, Mann. Ja, da muss ich mal einen ausleihen, hä? Ja. Hä? Ja. So, der kann noch den... ...alken... ...mieten wir mal den Scheiß. Und dann brauchen wir ja noch ein bisschen Kalk, ja. Streußer als Annezus Beste, wenn wir das nehmen würden. Gut, ich fahr mal runter. Ich mach jetzt mal das Feld fertig. Komplett. Jo. Also, diese nächste Folge. Ist aber auch schon ganz weit, ne, mit der Wiese. Sieht auch gut aus. Die muss bestimmt einmal irgendwann gedüngt werden. Vielleicht sogar gewulcht, ne? Aber warten wir mal mit dem Stichel drüber. Dann ist die Läwele gedüngt. Hm. Äh, Schatz hier? Ja? Weißt du, wer gestern in meinen Valley aufgetaucht ist? Nein. Jack Skellington. Wer auch immer das ist. A Nightmare Before Christmas. Ja. Ah, okay. Ist das Disney? Mhm. A Nightmare Before Christmas ist doch nicht Disney. Ist das Disney? Ja. Warum steht eigentlich der alpine Traktor draußen vor dem Hof? Wärst du nicht? Ich hatte den nicht. Ich hatte den in den Baum geparkt. Den hatte Marlon. Ich glaube, da war jemand ein bisschen sauer auf dem Traktor. Nö, da kommt doch mit dem Ding dann ganz gut zurecht eigentlich sogar. Ja. Wenn er ein bisschen schweres Gewicht braucht hätte. So, wollen wir mal gucken. Wir müssen auf alle Fälle sehen, dass wir Kohle mit dem Dings verdienen. Mit, ähm, mit Mehl. Mehl und vielleicht Milch. Wie viel Milch haben wir da überhaupt? Haben wir überhaupt schon was? Oh, wir haben 19.000 Liter Milch. Die Frage wäre jetzt, wie ist denn der Milchpreis? Wir würden aktuell beim Bestverkauf 27.116 bekommen. Für den Milchpreis für 1.368. Und jetzt würden wir kriegen, äh, 27.109 würden wir jetzt kriegen. 1.16. Wird bei mir anzeigt. Achso, du guckst, äh, du guckst... Zahlt das spartende Bestandheitsprüfung. Da steht bei mir aber was anderes drin. Okay. Warte, da steht bei mir drin. 27.111 steht jetzt drin bei mir. Äh, aber wahrscheinlich sagt er, bei mir gehört ein bisschen was anderes, weil ich wahrscheinlich muss mehr, äh, Anteil zahlen. Das ist aber komisch. Ja. Naja, wir werden es nicht rauskriegen, denn, meine Lieben, unsere Folge ist schon wieder zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Äh, nämlich morgen am Sonntag, äh, wenn ihr die Folge seht. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, wir, äh, ja, schauen uns dort mal rein, was mit der Milch da passiert. Gucken wir mal, ob wir die Milch, äh, wegballern. Oder nicht wegballern. Naja, gut, okay. Bis dahin, lasst das Däumchen da. Macht's gut. Wir sind erst mal raus. Tschüss. Und tschaui.